Hallo zusammen, Ai Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, der Zeuge und der Held anzunehmen bei Xavantaur in der Sturmgipfel an dieser Position, also in dieser Hütte hier. Vor Quest war der Zeuge Xavantaur. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 Das Video sollte euch aber auch helfen in VOTLK Classic. So, wir müssen 3 Schriftrollen finden, alles klar. Ich habe übrigens auch einen Twitch Kanal, Link dazu findet ihr in den Kommentaren. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Hier ist die erste Schriftrolle, gleich sobald man hinausgelaufen ist. Dann folgt man weiter diesen Weg, hier ist die zweite. Was sogar von der Auflistung her. Und jetzt zeige ich euch noch, wo die dritte ist. Die ist hier oben. Zack. Und die Quest ist bereit zur Abgabe. Juhu. Das ging doch flott, oder? So. Die Quest ist abzugeben bei Xavantaur in der Sturmgipfel an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.